Ich heiße Nico Hofmann. Ich bin 21 Jahre alt und ich möchte Regisseur werden. Und die Frage, die sich stellt, ist, warum faszinieren mich Filme? Wenn ich als Filmemacher eine neue Welt erschaffen möchte, dann muss ich die Welt um mich herum kennenlernen. Um dies verwirklichen zu können, muss man immer ein gewisses Risiko eingehen. Als Filmemacher versuche ich aus meiner Komfortzone herauszutreten, da ich sonst die Welt um mich herum nicht in Gänze kennenlernen könnte. Wenn man sich die ganze Zeit in der eigenen Komfortzone bewegt, dann kann man auch nicht kreativ werden. Und wenn man Glück hat, bekommt man am Ende dann auch noch eine Idee.